Na alle zusammen, ich hier ist wieder heute da und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren und zwar wollen wir uns ein Gold-Teilbuch zusammen angucken. Ich habe wieder so etwa einen Monat meinen Postkast nicht ausgeräumt und ich würde sagen, wir schauen einmal rein, was da so drin ist, was ich verkauft habe, beziehungsweise auf was für einen Goldstand wir nun angelangt sind. Das mache ich ja mittlerweile seit einigen Monaten, etwa jeden Monat und dazu habe ich auch eine mehr oder minder schicke Tabelle mir gebastelt. Ich kann das vielleicht einen Tick größer machen, dass man es besser sieht. Letzten Zyklus waren wir quasi angelangt beim Main-Account bei 64.500.000, sogar relativ glatt, und auf dem Second-Account bei 131.400.000. Das Ganze sind hier immer ein Tausender-Stellen, weil sonst wären die Nullen ein bisschen zu lang. Und dann waren wir quasi ein bisschen aufgerechnet bei 196 Millionen Gold. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist der Trend die letzten Male schon ein bisschen untergegangen. Ich hatte quasi bereinigt ohne Konsumausgaben, die ich hier mal da hinten zusammenziehe. Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe die Konsumausgaben noch nicht drin. Wo haben wir es denn da aus dem Waste-Ding? Muss ich es nur rauskopieren. Dann, gute Vorbereitung, also 1.837.000, das muss ich mir merken. Wo haben wir es? Gold. 30.000 waren es, glaube ich, oder? Ich, dass ich jetzt etwas Falsches eintrage. Ja, 37, genau. Also das sind die Konsumausgaben. Das sollte ich natürlich hier mit in die Tabelle mit reinnehmen. Und zwar sind das immer Ausgaben, wo ich halt einfach nichts ausgebe, um mehr Gold zu verdienen, sondern Ausgaben, wo ich jetzt zum Beispiel Temo kaufe, wo ich was fürs Kollekten, für Berufe kaufe und solche Geschichten. Und die versuche ich mal rauszurechnen, um einfach zu sehen, okay, was habe ich an Gold Plus gemacht? Und was habe ich an Gold Plus gemacht mit wirklich, also, ja, quasi ohne die Konsumausgaben, die ja eigentlich nichts mit dem Goldmaking zu tun haben? Weil in dem einen Monat gebe ich nichts aus und im anderen Monat kaufe ich mir halt irgendwas Teures für 2, 3 Millionen und dann gibt es halt ein bisschen falsche Zahlen, genau. Die letzten Male hatten wir ja, ich glaube, die 40 Millionen, die waren ja bei dem ersten Monat von Patch 9.2, dann 35 waren beim zweiten Monat und das quasi der dritte Monat. Und ich vermute, dass es jetzt halt ziemlich runterdroppt. Hatten ein paar Faktoren. Einmal hatten wir den Faktor, dass jetzt quasi einfach WoW so ein bisschen in der Zwischenphase ist. Es ist nicht mehr so viel los, nicht mehr so viele Leute kaufen neue Legendaries. und vor allem mit Patch 9.2.5 wurde jetzt der Legendary Mark ein bisschen mehr geöffnet. Leute können wesentlich schneller hochskillen und ich sage euch, ich merke das. Erstmal sind die Preise ziemlich gedroppt und die Verkäufe sind auch ziemlich eingebrochen. Mal gucken, was wir noch rausziehen. Ich würde behaupten, diesmal werden wir am Gewinn den zweistelligen Millionenbetrag wahrscheinlich nicht knacken. Ich denke mal, wir bleiben beim einstelligen Betrag, so wie es dann auch vor Patch 9.2 war. Und ja, ich hoffe aber trotzdem, dass wir auf die 200 Millionen kommen. Mal gucken, ich denke mal, das müsste drin sein. Gut, ich würde sagen, wir schauen einmal rein, wo wir jetzt stehen. Ich bin auf dem Main-Account nur noch bei 26 Millionen und ein paar Zagten und beim Second-Account bei ein bisschen mehr und zwar bei 153 Millionen und ein paar Zagten. Zusammen sind es etwa 180 Millionen noch. Warum hat der Second-Account jetzt mehr, als er vorher hatte? Hat einfach den Grund, man kann mittlerweile seit Patch 9.2.5 einfach Gold von Allianz Chars auf Horden Chars schicken. Und ich hatte mit meinem Chars auf Blackmore ja das Problem, dass ich zwei Allianz Chars auf Blackmore habe und irgendwie 40 Millionen immer in einem Postkasten zwischenlagern musste, weil ich nicht genug Lagerkapazität habe. Dieses Problem hat sich jetzt für mich gelöst. Ich konnte quasi dieses überschüssige Gold einfach auf die anderen Chars aufteilen, auf meine Horden Chars, die ich halt auch auf Blackmore habe und muss es halt nicht mit meinem Postkasten inzwischen lagern. Die Chars sind aber auf dem Second-Account. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, wie es goldtechnisch aussieht. Fangen wir mal mit Main an. Mit dem habe ich immer noch am meisten Verkäufe. Ich habe Verkäufe 1410 Items habe ich verkauft. Und ich würde sagen, ich blende euch hier auch den Chat einmal ein und wir machen mal den Postkasten an sich auf. Auf der ersten Seite sind jetzt 600k. Ehrlich gesagt ist das relativ wenig dafür, dass da halt auch Legendary Sachen drin sind. Main seht ihr, ich bin auch alle möglichen Mudds, die ich halt normal beim Questen oder so kriege am Verkaufen. Hauptsächlich sind es aber Crafted Berufssachen, wie zum Beispiel die 233er, Craftsachen von Leder, Kette und Platte Items. Dann sind es, ach Mist, da sind zwischendrin jetzt noch ein paar andere Items. Na gut, die müssen wir jetzt mal rausnehmen. Anscheinend ist da noch ein bisschen was ausgelaufen. Dann sind es ein paar Items, die ich quasi crafte auf 262 ist es, glaube ich. Mittlerweile packe ich aber auch diese Dinge nicht mehr rein. Diese Aufwertungs-Items. TSM unterscheidet nämlich diese Sachen jetzt mittlerweile. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute eher die Items kaufen, die günstiger sind, die ohne diesen Special Proc sind, als die teureren Sachen tatsächlich. Deswegen packe ich die jetzt gar nicht mehr rein. Und am Anfang habe ich das immer noch gemacht, um die Items quasi maximal abzugraden. Da waren nämlich alle quasi auf demselben Preis gelistet. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt diese Special Sachen noch drin habe, habe ich einfach so ein bisschen noch den kleinen Vorteil, dass sich jemand, wenn er zwei gleichwertige oder zwei Items hat, die den gleichen Preis haben, aber das eine nochmal einen speziellen Proc hat, dass ich da ein bisschen noch besser das Verkauf kriege. So, jetzt ist natürlich das, was ich eigentlich vermeiden wollte, dass hier noch ein paar Items drin lagen. Die waren jetzt anscheinend unterm Gold und habe die nicht gesehen. Die müssen wir jetzt schnell einstellen. Das machen wir mal kurz. Und dann gucken wir. Beziehungsweise, warte, ich mache hier einen kleinen Cut rein. So, da la. Jetzt habe ich alles eingestellt. Und zwischendrin haben sich ja gerade noch ein paar Items reingeschlichen. Ihr seht, ich habe zusätzlich auch noch teilweise ein paar T-Mock-Sachen drin. Ab und an bin ich ja mit dem Char für mich selber Zeug im alten Content zu farmen, seien es Rezepte-Stuff oder einfach T-Mock für mich selber. Und dann fällt natürlich das eine oder andere ab. Und das versuche ich natürlich auch mal zu uns aus zu verkaufen. Ich bin jetzt keiner, der explizit lostigert, um T-Mock zu farmen, rein um es in Sahar zu stellen. Das finde ich nicht so eine gute Gold-Methode schlichtweg einfach deswegen, weil das Zeug sich ultra slow zählt, selbst auf einem vollen Server. Und du dann halt immer wieder diese Repos-Kosten hast und natürlich auch einen Zeitfaktor. Deswegen habe ich jetzt auch gerade die Aufnahme gecuttet. Wenn du viele Items ins Auktionshaus einstellst, selbst wenn du so ein Add-on wie TSM hast, wo das halt wesentlich erleichtert wird, kostet es halt trotzdem eine gewisse Zeit. Und ihr müsst euch überlegen, das ist dann nicht nur einmal die Zeit, dass ihr das einmal einstellst, sondern ihr müsst das über Monate, teilweise sogar über mehrere Jahre den Scheiß immer ins Auktionshaus reinhauen. Und dann läppern sich sowohl die Zeit, wo er es einstellt, als halt auch die Kosten, vor allem bei Items. So, jetzt sind wir blöderweise am Gold-Cap, also blöderweise in Anführungszeichen. Jetzt muss ich einmal schauen, wie machen wir das jetzt am geschicktesten. Moment, ich habe doch auf dem Zweit-Account habe ich doch noch freie Kapazitäten. Ähm, ja gut, also der hat noch Möglichkeiten, der hat 1,2 irgendwas Millionen, heißt, dem könnte ich 8.700.000 rüberschicken, richtig? Ja, warte mal, jetzt tun wir uns das mal raus, tippen, Vultela, das ist so mein Vulpera, den ich damals erstellt habe. Jetzt machen wir das aber auf Nummer sicher, so ein kleiner Tipp am Rande. Ihr könnt nämlich ein, wenn ihr größere Summen an Gold oder irgendwas rumschickt und das auf euren eigenen Schar schicken wollt, schickt einfach ein Dings-Item hier mit, ähm, einfach ein Erlum-Item, das könnt ihr nämlich nur auf euren eigenen Schar schicken und easy ist das. Also, 8.700.000 schicken wir jetzt hier mal rüber, das müsst ihr da rausnehmen können und dann haben wir nämlich hier wieder ein bisschen freie Kapazitäten. Würde ich sagen, ähm, logge ich vielleicht gleich mal auf dem einen um, dass ich das nicht vergessen, dass wir das Gold da auch drin haben. Und dann kann ich euch hier noch ein paar Sachen zeigen, was ich natürlich auch noch verkaufe, ne, neben den 233ern, beziehungsweise den 2, ähm, 62er Craftsachen natürlich alle möglichen Legendaries, ne. Und da gehört ja, ähm, die Leder-Items dazu, die Ketten-Items und die Platten-Items. Ähm, ich, also ich baue nicht mehr Rang 1, 2, 3, ich baue eigentlich Rang 4, 5, 6 und 7 baue ich, ne. Die ganz lauen Ränge, die sind eigentlich nicht in der Gewinnzone. Und was ich dafür nutze, ist halt hauptsächlich hier ein Add-on, das heißt Legendary Stock Tracker. Und da kannst du halt so ein bisschen gucken, okay, welche Sachen habe ich noch im Auktionshaus drin und, ähm, welche Sachen sind quasi auch in der Profitmarge, ne. Und dann kann ich halt jetzt hier beim Auffüllen einfach ein bisschen durchklicken und dann sehe ich, okay, diese ganzen Items, ähm, fehlen mir quasi und die haben auch einen positiven Profit, ne. Da braucht man natürlich dann wiederum andere Add-ons, wie zum Beispiel TSM, die natürlich die Daten erheben. Also dieses Legendary Stock Tracker zieht die Daten von TSM und unter anderem hat ja TSM, um es sinnig nutzen zu können, ja auch hier so eine Desktop-App, ne. Die nennt sich Tradeskill Master Application und da muss man halt seine Server eintragen und dann scannt quasi diese App, diese Server, oder zieht die Daten von der Datenbank von TSM runter. Und da muss man selber nicht das Auktionshaus scannen, genau. Das ist ganz angenehm. Ähm, ja, das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt. Mit dem Add-on ist es wesentlich einfacher, ähm, man muss aber halt dazu sagen, aktuell, wie gesagt, können halt seit Patch 9.25 die Legendaries easier hochgeskillt werden und dementsprechend sind halt einfach mehr Akteure im Markt, das gibt den Preis und dann natürlich auch die Gewinnspannen, ne. Also ich kann euch das jetzt vielleicht hier mal kurz zeigen. Ähm, es ist ja so, dass man hier vier Ränge hat, ne, und man muss dementsprechend, um in den Rang aufsteigen zu können, ähm, das Item einmal, äh, also, ne, von Rang 1 auf Rang 2, die Sachen einfach craften. Davor waren es, glaube ich, 15 Mal musste man sie craften, jedes Item, dass man hochgekommen ist und jetzt geht es 5 Mal so schnell, also musst du, glaube ich, jedes nur noch 3 Mal craften. ne, und das zieht natürlich die Preise einfach, äh, extrem runter, die man, ähm, ähm, ne, investieren muss, um halt einen Rang hochzuskillen, ne. Du hast jetzt halt nur noch ein Fünftel der Kosten, ne. Zusätzlich ist es so, dass die Mats hier extrem teuer, äh, günstig geworden sind. Ihr seht, der schwere Hornbike hier auf dem Server kostet 3 Gold und der verzauberte kostet 46. Ich habe am Anfang der Expansion den schweren Hornbike für über 1000 Gold gekauft und den verzauberten für 2,5 oder so, ne. Und das sind Massen und habe damit geskillt. Und jetzt, ne, mit den verringerten Kosten plus, äh, quasi dann noch, äh, ewig billigen Mats kannst du das Zeug easy hochskillen. Also wahrscheinlich brauchst du nicht mal mehr eine Million, um das ganze Zeug zu skillen. Vermute ich jetzt einfach mal. Was man natürlich trotzdem noch machen muss, ne, was mir jetzt bei den Twinks auch ein bisschen, ähm, sauer aufstößt, man muss natürlich die Upgrade-Materialien noch farmen, ne. Und dafür müsst ihr halt relativ viel questen, ne, sowohl für das Rudiment aus Cortia, Dafür müsst ihr halt, ähm, die Kampagne von dem Puck komplett abschließen und dann in Cortia, äh, die Kampagne noch bis auf, ähm, Stufe 4 spielen. Und für das Rudiment müsst ihr halt in, ähm, Serra Mortis die Kampagne ein gewisses Stück weit spielen. Also das bleibt euch halt dann leider nicht aus, ne. Das müsst ihr dann mit den Chars machen. Wenn ihr das natürlich auf einem Char macht, wo ihr eh da gequestet habt, das ist kein Stress. Wenn ihr das von Quink macht, wie ich das bei dem einen oder anderen Char mache, ist das ein bisschen blöd. Ähm, gut, okay, das war's jetzt soweit. Wir haben den Postkasten ausgeleert. Jetzt haben wir hier nochmal 8,5 Millionen. Da hatten wir ja vorher auf den anderen, ähm, ein bisschen was rübergeschickt. Ich würd sagen, ich logge jetzt gleich mal mit dem um, und zwar hier auf Blackmore, dass ich das Gold schon mal raushol. Und dann sehen wir uns halt gleich auf dem nächsten Char wieder. Gut, auf dem Hordenschar hab ich das Gold rausgenommen. Äh, jetzt bin ich aber erstmal noch weitergeloggt auf dem Hexer. Hier auf dem Man-Account, da hab ich noch einen Char auf Lothar, wo ich aktuell ja viele Berufssachen am Leveln bin oder war. Und, ja, da bin ich auch einige alten Dungeons gelaufen. Mit dem Char verkaufe ich halt hauptsächlich, äh, den ganzen Rest Müll, der quasi übrig geblieben ist. Sowohl natürlich T-Mock-Sachen, die ich in den Runs gelaufen hab, aber auch Muds, die jetzt vom Beruf, ähm, Beruf-Leveln übrig geblieben sind, beziehungsweise teilweise stelle ich auch Sachen her beim Berufsleveln, ähm, die dementsprechend dann im Auktionshaus verkauft werden können. Da war zum Beispiel jetzt hier gerade Saronit-Erz dabei, das hatte ich dann noch über, ne, bringt einfach mal 30k da, paar hundert Saronit-Erz. Oder hier Osmonit-Erz war dann noch über, das sind die größeren Punkte, hier Leihstein-Erz, ne, das sind die Sachen, die dann am Ende noch über waren. Oder alle möglichen Muds, ne, ähm, die hier noch am Start sind, sind aber auch teilweise minimale Beträge, ne, die da rauskommen. Aber, so Kleinvieh, ähm, summiert sich tatsächlich auch an. Hier haben wir irgendeinen unbeugsamen Trank verkauft, keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Da hab ich, glaub ich, Alchemie ein bisschen gelevelt. Gut, dass wir den für 4K verkauft haben, not bad. Irgendeine Schattengarnhose, ein paar Sachen verkaufe ich mit dem auch gecraftet. Ich hab mit dem nämlich, ähm, Schneiderei auf Max und, ähm, ja, das ist zwar ein Low-Pop-Server, ne, wo jetzt nicht so krass viel geht, aber immerhin, ähm, ein paar so Schneidersachen verkaufst du und da sind die Preise auch höher, ne, das sind 2,33er-Items und die verkaufe ich hier für 7K. Da verkaufe ich zwar nicht viele und ich tue die auch nicht reposten. Teilweise lasse ich die auch 3, 4 Tage im Postkasten liegen, weil das kein Schal ist, mit dem ich aktiv viel mache. Aber ab und an hau ich sie rein und es wird immer mal wieder was verkauft, ne. Das sind jetzt 600K, dafür, dass es eigentlich hauptsächlich nur Ramsch ist, ist okay, kann man mitnehmen, ne. Ist jetzt aber wie gesagt nicht das große Gold. Gut, ich glaub, das war's eigentlich schon auf dem Main-Account mit Stuff, das ich rausnehmen konnte. Ich würd sagen, jetzt können wir das gleich schon mal eintragen. Ähm, gut, die 8,7 Millionen hatten wir auf den Second-Account rübergeschickt, heißt, hier ist jetzt nicht sonderlich viel drin. Wir sind jetzt bei 27.951.000, äh, 27.951.000, dann machen wir jetzt hier, ähm, 80, 81, 82, 81, ich müsste es eigentlich mal hier umbenennen, ne. Das waren eigentlich ursprünglich die Wochen, weil am Anfang habe ich das in 2 Wochen Rhythmus gemacht und mittlerweile habe ich das ein bisschen umgestellt. Vielleicht überarbeite ich die Tabelle tatsächlich auch mal. Gut, das muss ich mal gucken, da hab ich parallel schon umgelockt. Ähm, ach ja, hier wollte ich nur auf einem Hordenschar was gucken, aber den muss ich jetzt erstmal auslernen, dann gucken wir mal weiter. Gut, dann machen wir mit dem zweiten Account weiter. Und zwar bin ich jetzt als erstes auf meinem Char hier, ähm, auf Antonidas. Und das ist quasi so mein Restposten-Ramsch-Char. Ihr seht ja halt nicht sonderlich viel verkauft, 62, ähm, verschiedene Sachen hat er vertickt. Und das ist halt alles irgendein Ramsch, ne, von irgendwelchen Matts, die noch über waren, über irgendeinen T-Mock, was ich teilweise hier noch rumliegen habe. Ich weiß gar nicht, ob hier das T-Mock-Item, hier ein bisschen Stoff habe ich verkauft, Kettenstulpen, was ist das hier? Das muss auch irgendein T-Mock sein, unsterbliche Kämpfer des Feuerstums. Hört sich irgendwie ein bisschen nach Insel-Expedition an, das habe ich hier verkauft. Aber ihr seht ja so, ab und an, das verkauft sich schon T-Mock, ne, also ich bin jetzt keiner, der sagt, T-Mock verkauft sich gar nicht. Das, äh, da geht schon was weg, aber das geht halt nicht schnell weg, ne, das ist halt immer das Problem. Gut, das können wir nochmal hier raushauen. Und dann würde ich sagen, switche ich mal auf die zwei Chars, mit denen ich noch Legendaries, beziehungsweise allgemein Craftgear, hier auf Anto verkaufe. Gut, dann sind wir jetzt auf dem nächsten Char gelockt, einmal auf meinen Hunter. Ihr seht, da ist auch schon ein bisschen was im Postkasten drin, nur in Anführungszeichen 600 Verkäufe. Also da merke ich es halt relativ stark, mit dem habe ich eigentlich immer schon an die 1000 gehabt, wenn nicht sogar mehr. Und auch größere Beträge, da sind jetzt 100 Mails, ne, auf der Seite sind jetzt 900.000, das ist jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Mit dem Char habe ich einmal Juve und Lederer, verkaufe auch die 233er Items, die 262er Teile, sowohl halt Ringe, Hälse und halt alle Leder- beziehungsweise Kettensachen. Und dann natürlich selbiges auch nochmal mit Legendaries. Ihr seht, hier gehen hauptsächlich die loweren Sachen weg. Legendaries sind vereinzelt hier mit drin, aber jetzt nicht mehr die Masse tatsächlich. Und auch da merkst du halt die Konkurrenz einfach, ne. Was ich mittlerweile so ein bisschen am überlegen bin, ob ich einen Ticken umsattel. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass TSM mittlerweile erkennt, ob du so ein Special Gear drin hast. Und zwar gibt es ja da nicht nur Items, die den Damage erhöhen, sondern bei dem Special Gear gibt es halt auch die Möglichkeit, sich Sachen reinzubasteln, wo man dementsprechend mehr Movement Speed hat und auch mehr Reitspeed. Da kannst du deinen Movement Speed, glaube ich, um 70, 80 Prozent oder so hoch basteln, wenn du es halt auf jedem Item drauf bastelst, ne. Also kannst du ja, wenn man jetzt vom Charakter-Window schaut, kannst du ja quasi mit jetzt, ne, bei dem Hunter zum Beispiel, die kompletten Kettenslots, ne, kannst du ja mit dem Lederer craften zum Beispiel. Ringe kannst du mit dem Juve bauen, Hals kannst du auch mit dem Juve bauen. Den Umhang kannst du mit dem Schneider, glaube ich, bauen. Also kannst du fast alle Slots plus Movement Speed draufhauen. Sogar mit dem Alchi kannst du plus Movement Speed auf das Trinket basteln. Dann wäre halt eigentlich nur ein Trinket und die Waffe frei, wo du halt dementsprechend dir keinen Speed Gear anziehen kannst. Also da gibt es schon Möglichkeiten, muss ich aber halt noch ein bisschen gucken, wie sich das zum einen verkauft, ob da wirklich was weggeht. Und was ich halt noch als Problem habe, ich kann das leider nicht einzeln tracken, wie viel ich von diesen Items habe, ne. Da müsste ich die einzeln angucken, habe ich jetzt noch Movement Speed Gear oder habe ich die normalen Sachen, weil im Interface zeigt es das leider nicht an. Ich kann jetzt mal euch zeigen, was ich zum Beispiel meine. Also wenn ich jetzt hier reingehe und dann zum Beispiel hier bei den Items drüber fahre, ne, dann bastle ich mir jetzt halt mal so ein Rang 4 Item rein. Und dann sehe ich, aha, ich habe im Auktionshaus 8 von diesen Teilen. Das unterscheidet es aber nicht, ob ich jetzt hier dieses Item drin habe. Seht ihr, es sind immer noch 8 Teile. Also wenn ich diese Zusatzdinger hier reinbastle, dann unterscheidet es das nicht. Und das ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, weil ich will vielleicht 10 normale Teile drin haben und 5 von den Speed Dinger. Und dann sehe ich nicht, was habe ich jetzt verkauft, habe ich jetzt die Speed Dinger verkauft oder die normalen. Und deswegen crafte ich es tatsächlich jetzt noch nicht, weil sonst müsste ich dann reingehen bei meinen Auktionen. Und das sind doch ein paar mehr. Und das manuell überprüfen und daran scheitert es, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingucke und die Sachen hier manuell überprüfen müsste, also das sind schon ziemlich viel Stuff. Man könnte jetzt mal gucken, wie viele Items drin habe. 668 und bei anderen Chars sind es teilweise noch mehr. Das ist unschön, sagen wir es mal so. Gut, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich bin wieder am Gold Cap mit dem hier. Ja, also wir müssten noch ein bisschen was wegschicken. Jetzt schaue ich mal schnell, wo ich auf Antonidas noch Lagerkapazitäten hätte. Okay, also ich könnte das einmal, naja gut, auf dem Druid, wo ich vorher war, könnte ich es rüberschicken. Die hat jetzt 2,4 Millionen. Was ziehe ich denn jetzt hier aus dem Postkasten raus? Also hier auf der Seite sind noch 1,2. Wahrscheinlich 2, vielleicht 2,5. Schicken wir mal 3 Millionen rüber, dann sind wir auf der sicheren Seite. Mehr dürfte da jetzt nicht drin sein. Machen wir das schon mal hier raus. Habe ich jetzt zurückgemacht? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verloren habe. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber man weiß ja nie, dass ich jetzt die Auktionshausverkäufe an den, der es gekauft hat, zurückschicke. Das wäre natürlich nichts. Aber ihr seht, es sind jetzt leider keine so Riesenbeträge mehr dabei. Ganz am Anfang mit Patch 9.2 habe ich ja teilweise Items für 250k verkauft oder manchmal sogar noch teurer. Oder eine ganze Weile waren ja die ganzen Legendaries bei über 100k. Das ist halt leider Geschichte. Jetzt verkaufst du die teilweise für 20, 30, 40, 50k vielleicht noch. Und das war es tatsächlich. So, haben wir das noch alles ins Inventar gekriegt? Okay, ich habe gesagt 250k. War jetzt etwa so. Gut, 3 Millionen habe ich weggeschickt. Passt. 2,5 Millionen meinte ich natürlich. 3 Millionen habe ich weggeschickt. Okay, dann schauen wir mal weiter noch zu meinem Monk. Mit dem verkaufe ich nämlich auch noch ein bisschen was. Gut, dann haben wir den letzten Char. Und zwar einmal hier meinen Monk. Jetzt muss ich mal gucken, was hat der? Ja gut, der hat 3 Millionen quasi im Briefkasten oder im Inventar frei. Und im Briefkasten haben wir jetzt relativ wenig Sales. Nur 447. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Eine Million auf einer Seite. Mal gucken. Wahrscheinlich muss ich zwischendrin wieder ein bisschen was wegschicken. Auch bei dem bin ich halt die 2,33er Items am Verkaufen, 2,62er und halt die Legendary Ranks von 4 bis 7 hoch. Und das einmal mit Schneider und Schmied. Also ich habe quasi auf Antonidas sowohl einen Schmied, einen Lederer, einen Schneider und einen Juve. Also deckt quasi die ganzen Craft-Berufe ab. Auf Blackmore habe ich halt in Anführungszeichen nur den Main, wo ich Sachen crafte. Und das ist halt Lederer und Schmiedekunst. Da könnte ich mir theoretisch noch die anderen beiden Berufe auch holen. Ich könnte das ja jetzt auch mit den Horden-Chars machen, aber weiß nicht, ob sich das jetzt am Ende der Expansion erreicht oder rentiert. Die Geschichte ist halt auch immer, reposten, einstellen, craften, ist halt auch immer ein Zeitinvestment. Es ist die Frage, ob sich das wirklich rentiert. Mehr Chars noch ranzuholen, da müsste ich da halt noch mehr Zeit rein investieren. Ich versuche es halt relativ minimal zu halten. Ich bin keiner, der hauptsächlich Gold macht, sondern das mache ich eigentlich relativ nebenbei. Tatsächlich. Und ja, dafür ist es auch eine gute Methode tatsächlich. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht es aus. Ah ja, gut, wir sind gleich wieder im Cap. Jetzt muss ich mal schauen, wir haben dann noch... ...Maze drin. Ja, schicke ich jetzt auch nochmal 3 Millionen auf den anderen rüber. Ich hoffe, der hat dann noch genug Space. Was hat denn der? Der hat 2,43 habe ich rübergeschickt. So, nochmal 5,43. Nochmal 3. 5, 6, 7, 8. Ja, gut, das passt. Das passt. Dann können wir nachher auf den nochmal loggen und gucken, dass wir das rausnehmen, dass es dann halt quasi auch im Addon richtig angezeigt wird. Aber auch hier, ne? Das sind ziemlich viele Kleinbeträge. Tatsächlich ist Schmiedekunst halbwegs gut noch. Die Schneidersachen, die kannst du eigentlich eher vergessen. Also die normalen Items, nicht die Legendaries. Aber die Schmiedekunstsachen, da ist immer noch eine gewisse Gewinnmarge tatsächlich dabei. Ich weiß nicht, Schneider ist eh schon immer so das Schlechteste, was du machen kannst tatsächlich. Sowohl im Legendary-Markt als auch für den normalen Gear-Stuff. Weil das halt einfach, ja, weil sie einfach nicht so viel abwirft. Da sind die Stoffsachen eh schon relativ günstig. Und dann sind die Maha auch sehr günstig und die Gewinne-Spar-Margen sind einfach relativ klein. Jetzt gucken wir mal. Ah, es müsste knapp noch alles reingehen ins Inventar. Müssen wir nicht noch was wegschicken? Wunderbar. So, gut, okay, haben wir alles raus. Dann logg ich jetzt noch einmal auf den Druid. Nehmen wir das Gold raus und dann gucken wir, was wir am Ende an Gold gemacht haben. Gut, dann sind wir jetzt hier auf dem letzten Char, wo ich das Gold noch rüber geschickt habe. Einmal die 6 Millionen und dann gucken wir mal, wo wir jetzt am Ende stehen. Wir sind jetzt hier bei 175.531. Und damit sind wir jetzt tatsächlich über den Grenzwert gekommen. Also jetzt sind wir bei 203 Millionen. Sonderlich viel Plus haben wir nicht gemacht, aber wir haben quasi eine neue Marke geknappt mit den 200 Millionen. Ich habe quasi jetzt an Gold Plus gemacht. 7.500.000. Was jetzt zum Vergleich zu den letzten Wochen natürlich nicht sonderlich viel war. Aber war schon klar, dass das deutlich abflacht jetzt in der Zeit. Das war davor auch schon bei den anderen Patch-Geschichten so. Da waren da mal hohe Sachen dabei und dann flacht es halt ab. Also dafür, da hatten wir hier teilweise nur 2-3 Millionen, sind die 7 Millionen immer noch gut. Und ohne die Konsumausgaben hätte ich in Anführungszeichen 9,3 Millionen gemacht, was vollkommen in Ordnung ist. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe den letzten Monat auch nicht sonderlich oft mehr Repos, habe ein bisschen geslackt. Also das ist natürlich auch einer der Faktoren. Gut, damit sind wir durch, haben die 200 Millionen geknackt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem Monat wieder. Wenn euch interessiert, was ich so für Gold rausgehaut habe bei den Konsumausgaben, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Heißt Waste of Money und dann Folge, keine Ahnung wie viel. Das sind ja mittlerweile schon ein paar. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Euer Tillar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.